Hallo und herzlich willkommen beim Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Die wichtigsten und interessantesten Themen der Woche fassen wir hier kompakt für euch zusammen. Wir gehen so langsam auf den Herbst zu und somit auch auf die beiden großen Motorradmessen Intermod und Aikmar. Manche Messeneuheiten zeigen die Hersteller schon jetzt, mehr oder weniger freiwillig. Vorliegend haben wir jedenfalls Neues von Suzuki, von Ducati und von Aprilia. Ja, bei Suzuki tut sich wieder was. Zwar sieht die Fahrstrom 1050 mit dem zusätzlichen Typkürzel DE auf den ersten Blick bekannt aus, doch sie hat ein richtiges, großes Enduro-Forderrad, also mit 21 Zoll Durchmesser und ein dafür angepasstes Fahrwerk. Zum Modelljahr 2023 wird es zwei Fahrstrommodelle mit dem großen V2 von Suzuki geben. Die bekannte Fahrstrom 1050 und eben die neue Fahrstrom 1050 DE. Die XT-Variante entfällt voraussichtlich. An der Basisfahrstrom ändert Suzuki nur wenig. Hauptsächlich die Räder von Drahtspeichen auf Alu-Guss. Das soll insgesamt 5 Kilo Gewicht sparen. Für die Suzuki Fahrstrom 1050 DE mit dem neuen 21 Zoll Vorderrad gibt es weiterhin Drahtspeichen. Dazu eine neue, längere Hinterradschwinge. Der Radstand wird 4 cm länger. Neue Federelemente bringen vorn 10 mm mehr Federweg, hinten 9 mm mehr. Das sind dann jeweils rund 170 mm Federweg. Das wirkt sich natürlich auf die Bodenfreiheit aus. Und auch auf die Sitzhöhe. 880 mm, dafür sollte man nicht zu klein sein. Der Lenkkopf der DE-Ausführung steht um mehr als 1 Grad flacher. Der Nachlauf ist 1,5 cm länger. Dazu gibt es den Modus G wie Gravel, also Schotter, für die Schlupfregelung. Und am Hinterrad kann das ABS abgeschaltet werden. Das Gewicht steigt mit allem Drum und Dran auf 252 Kilogramm. Die DE ist also 10 Kilo schwerer als die Basisausführung. Beide bekommen ein neues Farbdisplay mit umfangreichem Bordcomputer. Und einen neuen Quickshifter. In den überarbeiteten Rahmen der beiden Fahrstroms steckt der bekannte und lange gereifte V2 mit 1037 Kubik, weiterhin mit 100 Nm bei 6000 Umdrehungen und 107 PS bei 8500 Umdrehungen. Der 90 Grad Fahrmotor hat bereits Euro 5 und bekommt für 2023 neue, mit Natrium gefüllte Auslassventile. Das Natrium wird ab knapp 90 Grad flüssig. So kann sich die Hitze in der Auslasszone besser verteilen. Die beiden überarbeiteten großen Fahrstroms kommen bis Frühjahr 2023 in insgesamt sechs Farben zu den Händlern. Ab 15.000 Euro. Die neue Fahrstrom 1050.de ab 15.800 Euro. Wir haben ja schon länger spekuliert, bei welchen Modellen Ducati den V4 nachlegt. Am naheliegendsten erschien uns der Powercruiser Diavel. Und genau das ist nun auf unseren R-König-Fotos eindeutig zu erkennen. Die neue Ducati Diavel V4 für 2023 mit vier kurzen Auspuffrohren am Schaldämpfer. Wahrscheinlich handelt es hier um den Gran Turismo Motor, der bereits die Multistrada V4 antreibt. Ohne desmodromischen Ventiltrieb. In der Reise-Enduro hat der V4 1158 Kubik und bringt es auf 170 PS sowie 125 Newtonmeter. Allerdings wären das rund 100 Kubik weniger als bei der V2 Diavel. Deshalb gehen wir davon aus, dass Ducati für den Powercruiser noch ein paar Kubik oben drauf packt. Einen Hinweis auf eine womöglich größere Bohrung geben die geänderte Zylinderkopfabdeckung der hinteren Zylinderbank und der schwarzbeschichtete Zylinderkopf des vorderen Zylinderpaares. Komplett neu ist das Fahrwerk der V4 Diavel. Um den mittragenden V4-Block herum scheint die Gitterrohr-Ära zu Ende zu gehen. Auch die neue Einnahmschwinge ähnelt denen der bisherigen Diavels kaum. Zwar rollt der R-König auf dem breiten Hinterrad der X-Diavel S, doch auch das könnte noch Tarnung gewesen sein. Insgesamt sieht die V4 Diavel auf diesen Fotos aber schon ziemlich serienreif aus. Spätestens Ende Oktober werden wir das genauer wissen. Die ersten X-Modelle von Aprilia gab es 2019 und 2020 auf Basis der RSV4 und Tuono V4. 2022 legt Aprilia zur Feier des 30. Jubiläums des ersten WM-Titels die X-Trenta auf. Die basiert auf der aktuellen RSV4, wiegt aber nur 166 Kilogramm und darf nicht auf die Straße. Die X-Trenta ist ein reines Rennstreckengerät direkt aus der Rennabteilung aus dem Werk in Uale. Sie vereint die Top-Technik eines Superbikes mit der Aerodynamik eines MotoGP-Renners. Die Verkleidung ist komplett aus Carbon gefertigt und mit dem Unterflügel, dem sogenannten Löffel, vor der Schwinge versehen. Lupenreine MotoGP-Technik. Dieser Flügel und die überarbeiteten Winglets vorn sollen den Anpressdruck um 25% erhöhen und den Luftwiderstand um 4% senken. Noch mehr Druck bekam der V4 mit 1099 Kubik. Aprilia erhöht die Verdichtung, montiert eine Abgasanlage von SC Project, setzt einen Sprintluftfilter ein und programmiert das Steuergerät neu. Ergebnis 230 PS. Aprilia-Techniker aus dem Werksteam helfen bei der Abstimmung der Federelemente von Öhlins. Dazu gibt es noch ultra-leichte Magnesiumräder von Marquezini. Nur 100 X-Trenta wird Aprilia bauen. Jede kostet 50.000 Euro zuzüglich Steuern. Bestellt werden kann die Super RSV seit dem 6. September ausschließlich online bei factoryworksaprilia.com. Wer eine ergattert, darf seine X-Trenta in Noale abholen und bekommt noch einen exklusiven Besuch in der Rennabteilung von Aprilia. Eine neue Elektro-Reise-Enduro bietet der kalifornische Händler CSC Motorcycles an. Die RX1E hat 24 PS und 83 Nm Drehmoment. 8.500 Dollar soll die Elektro-Duro kosten, 198 kg wiegen und mit einem relativ kleinen 6 kWh Akku 180 km weit kommen. Daran darf gezweifelt werden. Eher real wirkt die Ladezeit mit gut 6 Stunden am mitgelieferten Ladegerät für die Haussteckdose. An eine Ladesäule passt die CSC jedoch nicht. Das ABS stammt von Bosch und ist mit einem integralen Bremssystem kombiniert. Der Endantrieb läuft über einen leisen Zahnriemen. Schön retro ist der Tacho mit Skala und Zeiger. Vermutlich importiert CSC Motorcycles diese Elektro-Enduro aus China. Doch so richtig preisgünstig erscheinen uns die 8.500 Dollar nicht. Immerhin umfasst die Serienausstattung der RX1E ein Koffersystem mit Alu-Koffern und Topcase. Die Zuladung beträgt allerdings nur 150 kg. Ab dem Frühjahr 2023 will CSC die RX1E anbieten. Zunächst allerdings nur in Nordamerika. So, das war er wieder, der aktuelle Wochenrückblick von Motorrad-Online.de. Ciao, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF.